Moin und herzlich willkommen zum Ich-Podcast. Dein Podcast für dein wahres Ich. Wir sind Martje und Stefan und wir schnacken mit dir über dein authentisches Leben, Human Design, Selbstheilung und Selbstentwicklung. Los geht's. Herzlich willkommen zum Ich-Podcast, einer neuen, spannenden Episode. Heute mal wieder mit einem Human Design-Thema. Ein Thema, was auch meines Empfindens nach sehr in ist, gerade in der Human Design-Welt und sehr nach vorne gepusht wird. Aber erstmal hallo, liebe Martje. Hallo Stefan und hallo, wo du das auch nimmst. Und was sollte es anders sein als das Thema Inkarnationskreuz? Für mein Gefühl ist es so, wir haben gerade neulich darüber gesprochen, liebe Martje, noch bis vor einiger Zeit waren die Variablen total in. Und jeder, der irgendwie mit Human Design was zu tun hatte, wollte über die Variablen lernen und machen und tun. Und jeder, der nicht bei drei auf dem Baum war, hat einen Kurs rausgebracht mit, ja, zum Teil doch ganz, wie soll ich das jetzt mal positiv formulieren? Spannende Wissen. Wie auch immer. Und im Moment ist, finde ich, so das Inkarnationskreuz eines der großen Themen. Da gibt es jetzt auch im Moment einen Kurs nach dem nächsten. Und Inkarnationskreuz haben wir ja im Human Design ABC in der Folge ganz am Anfang mal kurz erwähnt. Und das wollen wir mal so ein bisschen aufgreifen, denn da gibt es unserer Meinung nach auch ganz viele Irrtümer. Denn, ich nehme mal das Typische, viele sagen ja, okay, Inkarnationskreuz, da steht der Sinn des Lebens drin. Und ich muss einfach nur mein Inkarnationskreuz kennen und gucken, was das dahinter ist. Und dann weiß ich genau, für was ich auf dieser Welt bin und bin beseelt und glücklich. Und endlich, endlich, endlich. Denn natürlich gibt es einfach viele Menschen, die nach dem Sinn des Lebens suchen. Ich glaube, das ist ja auch so einer der typischen Dinge, auf die jeder mal in seinem Leben stößt. Dass er sich fragt, okay, warum bin ich eigentlich hier? Und da ist jetzt endlich die Lösung. Das Inkarnationskreuz. Tada, also gucke ich einfach mal nach, google das mal. Es gibt ja diverse Seiten oder besorgt mir Literatur dazu. Und dann lese ich einfach. Guck mal, okay, wo finde ich denn das überhaupt? Okay, Sonne, Mond und Sterne hätte ich fast gesagt. Nein, Sonne und Erde. Aha, bewusst, unbewusst. Und dann habe ich schon mein Inkarnationskreuz und weiß für alle Ewigkeit, warum bin ich hier? So, liebe Marti. Und jetzt kommst du ins Spiel und sagst so, ah, ganz so ist es nicht, oder? Also die meisten Menschen, die, die es so machen, wie du gerade beschrieben hast, die kommen dann zu mir und sagen dann, ich verstehe das nicht. Ich kann da überhaupt nichts. Das ist doch völlig vage und ich sehe das nicht. Und dann muss ich immer sagen, ja, klar. Denn vielleicht, vielleicht, ich kriege ich noch mal ganz kurz rein. Für jemanden, der das jetzt noch nie gehört hat, vielleicht hast du gerade mal so ein Beispiel parat, was so ein Inkarnationskreuz, was könnte dann da Beispiels, also die haben ja immer ganz tolle Namen, ja. Fanfare und so, ich weiß gar nicht. Na, warte mal, ich gucke mal gerade hier, hier habe ich nämlich eins. Zum Beispiel 24, 44, 19, 33 ist ein Inkarnationskreuz. Und das heißt dann, das rechtwinklige Kreuz der vier Wege. Und vielleicht fangen wir doch noch mal ein bisschen weiter vorne an. Was hat es denn, es gibt ja ein rechtwinkliges und ein linkswinkliges und so, was hat es denn damit zu tun? Vielleicht können wir da mal kurz anfangen. Na, ich würde noch eigentlich weiter... Noch einen Schritt weiter, okay. Nämlich, was ist das überhaupt? Will ich nicht zu schnell sein? Ich bin ja gar kein manifestierender Generator, der mal was überspringt, sondern wir fangen dann ganz vorne an, okay. Genau, genau. Also das Ding ist halt dieses Missverständnis, dass viele denken, wenn ich das Inkarnationskreuz weiß, dann weiß ich, was ich konkret in diesem Leben machen muss. Und wenn ich das dann so höre, diese Einstellung, denke ich, ja, aber was soll denn da drinstehen? Du findest mit 30 deinen Traummann, mit 32 habt ihr zwei Kinder und mit 37 wirst du befördert? Also das kann ja da gar nicht drinstehen, aber das ist oft so diese Erwartungshaltung, die da ist. Was das Inkarnationskreuz tatsächlich ist, ist, dass es dir Energien in deinem Leben zeigt, mit denen du arbeitest. Natürlich hat das auch mit dem Lebenssinn zu tun, aber es ist eben überhaupt nicht so konkret, wie wir es alle gerne hätten. Ich meine, nicht umsonst boomen immer noch diese komischen Horoskope in den Zeitungen, die für Millionen Menschen angeblich gleich sind, weil wir Menschen das halt immer einfach gerne genau wissen wollen. Wird das jetzt passieren, was ich mir vorstelle? Kriege ich den Mann? Kriege ich den Job? So, das wollen wir immer wissen und das ist der große Hype. Ich glaube, deswegen sind jetzt auch diese Workshops so in, weil eben jeder denkt, oh wow, jetzt finde ich endlich eine Antwort auf diese Frage. Genau, also es gibt aber eben, wie bei den Horoskopen auch, es gibt noch ganz, ganz viele untere Informationen, die einfach diese Kreuze verändern. Ich bin jetzt nicht ganz sicher mit der Nummer, aber ich glaube, es sind 69.120. die verschiedene Inkarnationskreuze, die wir haben, die es geben kann, die halt dann zusammengefasst werden in diese paar, die man in Büchern lesen kann oder so. Und ja, es setzt sich zusammen aus den zwei Toren der Sonne und den zwei Toren der Erde, jeweils, also jeweils den oberen beiden Toren in dieser Körpergrafik. Aber es spielt eben halt noch mehr da rein. Also wie du gerade schon kurz gesagt hast, rechtswinklig und linkswinklig. Also betrachtet dieser Mensch das Leben mehr aus der eigenen Perspektive? Was hat das alles mit mir zu tun? Oder zum Beispiel mehr aus der Perspektive, also lernt der mehr oder versteht der mehr über das Leben durch die Interaktion mit anderen Menschen? Das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Also ich kann da einmal was dazu sagen. Ich hatte dieses Gespräch neulich mit jemandem mit einem rechtswinkligen Kreuz mit dem Profil 1-3. Also das ist jemand, der wirklich das Leben aus der eigenen Perspektive erlebt und immer fragt, was hat das mit mir zu tun? Und diese Person hat auf Facebook gepostet, sie hasst das, wenn sie etwas erlebt, dass dann andere immer die Aufmerksamkeit von ihr wegziehen wollen und dann sowas dazu sagen wie, ah ja, sowas habe ich auch schon mal erlebt oder so. Und für mich ist das gar nicht nachvollziehbar, weil wenn ich sowas erlebe, wenn mir jemand sagt, oh das und das ist mir passiert und es ist total schlimm. Ja, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ich sage, mir ist was viel Schlimmeres passiert, meins war nämlich so und so. Ja, das ist doof, das will keiner, das ist mir auch klar. Aber wenn ich dazu sage, oh ja, ich verstehe dich, ich kann deinen Schmerz echt fühlen, weil ich habe auch schon mal was ähnliches erlebt, dann ist es für mich aus meiner Perspektive, aus meiner Juxta-Perspektive eine Form der Verbindung, in der ich einfach zeige, ich sehe dich. So, und für diese rechtswinklige Kreuz ist das aber eben, das hat ja mit mir nichts zu tun. Ich erlebe gerade das Schlechte, also ist eigentlich egal, wer das noch erlebt hat, weil hier geht es ja jetzt gerade darum, dass ich leide, weil ich das Schlimme erlebt habe. Und das ist ein ganz großer Unterschied, wie man halt diese Welt sieht. Und das ist, wenn man das erkennen kann, ist es schon ganz lustig. Ich finde ja Human Design meistens ganz lustig. Magst du noch mal, also wir haben jetzt diese rechtswinklig, linkswinklig und so. Wie sehe ich die Welt? Und jetzt gibt es ja diese wirklich tollen Namen. Ich habe ja jetzt eins hier vorgelesen, rechtswinklige Kreuz, rechtswinklige Kreuz, haben wir da vier Wege. Und dann gibt es noch Fanfaren und weiß der Kuckuck was. Also es gibt ja da ganz tolle Beschreibungen. Und was kann ich denn für jemanden, der sowas jetzt noch nicht kennt, und jetzt jetzt mitbekommen hat, okay, da steht jetzt eben nicht drin, wann finde ich den Traum an, den Traumjob, wann werde ich befördert, ja, wann werde ich sterben und was weiß ich nicht alles. Was kann ich denn finden jetzt wirklich in diesem Inkarnationskreuz? Also für was ist es Nutze? Wieso ist das irgendwie spannend, sich damit zu beschäftigen? Und auch vielleicht, wann macht das Sinn? Es ist wahrscheinlich eher nicht sinnvoll, als erste Lektion im Human Design, wenn ich noch nie was davon gehört habe, mit dem Inkarnationskreuz anzufangen, oder? Also vielleicht kannst du da mal so deiner Erfahrung nach eine Einordnung geben. An welchem Punkt macht es Sinn, sich damit zu befassen? Und was kann ich denn jetzt damit anfangen, mit dem Wissen, was ich dadurch kriege? Mal abgesehen von den tollen Namen. Ja, also der Rao Ruhu hat gesagt, es macht keinen Sinn vor Ablauf der ersten sieben Jahre mit Human Design, weil sichergestellt sein muss, dass du Strategie und Autorität verstanden und verkörpert hast, bevor es überhaupt Sinn macht, in dieses Thema einzusteigen. Das will natürlich keiner hören. Ich meine, sieben Jahre ist ewig lang. Also da bin ich selber noch nicht. Das möchte keiner. Insofern denke ich schon, auch da kannst du natürlich nach Strategie und Autorität entscheiden, wann es für dich der richtige Zeitpunkt ist. Ich glaube allerdings nicht, dass jemand, der in der ersten Sitzung jetzt gerade schon mal zum ersten Mal von seinem Typ gehört hat und von seiner Autorität gehört hat, dass der das dann schon wirklich korrekt entscheiden kann. Also ich glaube, so ein bisschen Zeit sollte man schon verstreichen lassen, bis man sich dem Thema widmet. Die Namen, manche sind in Ordnung, manche geben schon wieder, was sie sind, also was die Energie da drin ist. Manche sind aber halt auch wieder kryptisch und dann denkst du so, was soll mir das sagen? Also gut, Fanfare hast du jetzt erwähnt, da kann man sich herleiten. Das ist vielleicht etwas, was in die Welt gebracht wird, wie so eine Fanfare, wenn im Mittelalter da jemand ankommt, wichtige Nachricht und so. Aber es ist nicht so ganz greifbar. Ist das wirklich die Sache? Aber Kreuz der vier Wege, was soll das sein? Kann ich verschiedene Wege gehen in meinem Leben? Welcher ist der richtige? Was soll ich machen? Also das gibt dir ja nicht wirklich, gibt dir keine Antwort darauf. Das heißt, diese Namen würde ich erstmal beiseite lassen. Die finde ich jetzt nicht so wichtig. Was ich mache ist, ich gucke mir das Inkarnationskreuz an, auf den ganzen unterschiedlichen Ebenen, die es da gibt. Also das sind zum einen diese vier Tore und da sehe ich ja, was für eine Energie bringen die denn mit? Also in meinem Inkarnationskreuz, ganz persönlich zum Beispiel, steht ganz, ganz deutlich drin, dass ich dazu bestimmt bin, meiner Freude zu folgen, um damit anderen Menschen, anderen Menschen das Leben zu verbessern. Also ich habe das Kreuz der Bestärkung auch. Ich kann andere Menschen wunderbar bestärken, aber nicht nur psychisch oder so, nicht nur mental bestärken, sondern indem ich tue, was mich selber zum Strahlen bringt, das ist ja die Sonne, helfe ich anderen Menschen auch, zum Beispiel mehr Reichtum anzuhäufen oder glücklicher zu sein oder so. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt in meinem Inkarnationskreuz. Der kann aber allerdings nur passieren, ich kann das nur ausleben, wenn ich die Erde gemeistert habe. Und die Erde besagt bei mir knallharte Authentizität. Also dieses People-Pleasing, dieses ich verbiege mich mal, damit sich andere besser fühlen oder so, oder ich mache nicht, was eigentlich in mir steckt, damit jetzt kein anderer denkt, dass er doof ist. Was natürlich auch in meinem Chart verankert ist durch den offenen Solarplexus. Ich möchte nicht Konflikte heraufbeschwören, ich möchte eigentlich lieber, dass wir alle freundlich und fröhlich miteinander sind. und Authentizität und Harmoniesucht ist nicht wirklich die beste Kombination. Das mag sich nicht besonders. Das heißt, das darf ich in meinem Leben lernen. Wie kann ich aus dieser Harmoniesucht aussteigen, was mir schon zum größten Teil Gott sei Dank gelungen ist, aber was mich viele Jahre ganz, ganz stark begleitet hat. Aber wie kann ich das meistern, diesen Teil meines Charts, damit ich Authentizität leben kann, damit ich mich wirklich einfach so ungefiltert zeigen kann, wie ich bin, damit ich in meine Sonnenkraft komme und andere Menschen auch in diese tolle Lebensenergie bringen kann. Das hängt alles miteinander zusammen. Und das ist nur die bewusste Seite. Dann haben wir noch die Unbewusste, die auch Tore mitbringt, die auch Informationen mitbringen. Und das ganze Chart spielt mit rein. Und das wird halt meistens übersehen, wenn wir in das Inkarnationskreuz gehen. Sehr spannend. Also kann ich im Prinzip solche Ideen halt dadurch kriegen. Das ist irgendwie, was bringe ich mit? Was muss ich auch erst mal meistern? Ich glaube, das wissen auch viele nicht. Und ja, das ist es eben, was ich im Inkarnationskreuz dann in Erfahrung bringen kann. Wahrscheinlich ja auch. Wir können ja da auch immer gucken, wie immer die einzelnen Tore im Inkarnationskreuz, sind die denn in einem Zentrum, was definiert ist oder undefiniert? Sind sie so vielleicht sogar in einem Teil eines Kanals? Und dann auch schauen, wie viel, ja, ich sage jetzt mal so ganz lapidar, wie viel Power haben die? Ja, also sind die irgendwo ferner liefen? Oder ist das wirklich irgendwie, ganz hatte ich gestern in einem Reading, da war das dann wirklich in einem Kanal sogar mit drin und hat dann natürlich dann richtig ordentlich Wumms. Genau. Das müssen wir bei so einem Reading alles mit einbeziehen, auf jeden Fall. Gut. Gibt es denn sonst was? Weil wir wollen ja jetzt auch keinen Workshop für im Inkarnationskreuz hier machen in dieser Podcast-Episode, sondern dir nur mal eine Idee geben. Gibt es sonst was, Martje, wo du sagen würdest, das sollten wir noch sagen zum Inkarnationskreuz? Also wir haben jetzt aufgeklärt, es ist eben nicht, wann werde ich wie, wen finden und wann was bekommen und so. Es ist kein Horoskop. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, damit keine Enttäuschung dann da ist. Es macht Sinn, sich erst mit anderen Dingen zu beschäftigen. Inkarnationskreuz sicherlich toll, aber andere Sachen haben auf jeden Fall, wenn ich mich mit Human Design beschäftige, Vorrang. Deswegen, wir sind ja jetzt auch bei Episode, ich weiß gar nicht, in den 60ern schon angelangt. Ich habe nicht nachgezählt. Deswegen war es eben auch nicht Folge 1, Inkarnationskreuz. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das sollten wir noch erwähnen? Also ich würde den Fokus echt ein bisschen wegnehmen von dem ollen Kreuz, weil du dahin kommst sowieso. Wenn du Strategie und Autorität lebst, dann lebst du irgendwann auch dein Inkarnationskreuz, ob du es nun vorher herausgefunden hast oder nicht. Also unser Lebensweg ist ja so, wenn wir korrekt leben, dann begegnen uns die korrekten Menschen, die uns zum Beispiel die korrekten Einladungen geben oder die korrekten Impulse, auf die wir reagieren können. Oder in deinem Fall sind es eben Menschen, die auf deine Information reagieren oder sich eingeladen, wie auch immer. Also dass da eben was passiert. Und wenn wir unsere Entscheidungen alle korrekt, also nach unserer Autorität treffen, dann passiert immer das, was passieren soll. Wir haben ja nur so viel Struggle in diesem Leben, weil wir die meisten Entscheidungen, also besonders früher, halt natürlich nicht korrekt getroffen haben. Und dann haben wir für uns falsche Menschen getroffen. Dann haben wir auf für uns falsche Angebote reagiert und vielleicht einen Job angenommen, der gar nicht für uns war. Hätten wir korrekt vorher schon gelebt, hätten wir diese Jobanzeige oder das Jobangebot niemals gesehen. Wären also auch nie in diesem für uns falschen Job gelandet. Und deswegen ist es halt so wichtig, was echt nervt. Aber es ist immer wieder das Gleiche. Strategie und Autorität lebt das. Und dann fügt sich alles so. Und natürlich ist es spannend. Also natürlich, ich finde es toll, dass ich das über mein Inkarnationskreuz weiß. Aber es ist nicht das, was mein Leben verbessert. Denn mein Leben wird nur verbessert durch Strategie und Autorität. Weil ohne das komme ich da sowieso nie hin. Und dann ist es irgendwie auch traurig. Ja, und ich glaube deswegen, weil es gibt ja auch Kollegen, die bieten Inkarnationskreuz-Readings explizit an. Und deswegen macht es jedenfalls aus meiner Sicht, aber widersprich mir gerne, wenn du es anders siehst, auch Sinn, das auf jeden Fall nicht einfach so einen leeren Raum zu machen, sondern wenn ich die Wahl habe, dann mach lieber ein Basic-Reading oder überhaupt erst mal so einen Einstieg ins Human Design, bevor du, wenn du Interesse an sowas hast, sowas dann machst. Denn ich glaube, so ein Basic-Reading so bringt dich viel, viel weiter, als wenn man dann, ich weiß gar nicht, ob es Kollegen gibt, die das auch als erstes anbieten. Keine Ahnung, aber bestimmt, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Mach erst mal das ganz normal und lebe erst mal da, weil das, wie du auch sagst, Martin, bin ich vollkommen deiner Meinung, das bringt dich weiter. Und das andere ist dann im Prinzip so wie, ja, die Sahne auf der Torte oder wie man so schön sagt. Das ist dann einfach so ein schönes i-Tüpfelchen, kann man sich mal mit beschäftigen, ist aber sicherlich nichts, wo man stirbt, wenn man es jetzt nicht gemacht hat und was einen jetzt irgendwie im Vergleich zum anderen nicht so weit bringt. Genau. Gut. Cool. Kleiner Einstieg, wenn du Fragen hast, melde dich einfach, dann können wir da auch nochmal tiefer gehen. Ansonsten, ja, freuen wir uns auf die nächste Episode. Es wird wieder spannend, definitiv. Die nächste ist schön. Die nächste ist schön. Sehr gut. Wunderbar. Hab eine schöne Woche, alles Liebe. Empfehle uns gerne weiter. Auch über eine tolle Bewertung freuen wir uns sehr auf Apple Podcasts und Spotify und wie sie alle heißen. Alles Liebe. Vielen Dank dafür schon mal, denn das ist dann im Prinzip so unser Lohn für den Podcast. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf www.identity-upgrade.de und www.martie.rocks Alle Links findest du auch und in Show Notes Untertitelung. BR 2018